hallo leute heute kommentiere ich ein nicht mal vier minuten langes video von imam tv mit dem titel artes glaubt an energie aber nicht an gott also deutschlehrer erklärt uns mal warum glauben nicht gleichbedeutend ist mit glauben an also das verb glauben plus die präposition an plus akkusativ im endeffekt hat dieser satz einfach die bedeutung man vertraut darauf dass die person zu der dieser satz gesagt wird etwas schafft ich kann also nicht an milch steine oder eben an energie glauben also an energie geht nicht aber ich kann an ein andromorphes gotteswesen glauben also das kurze schnipsel von imam tv gibt uns aber in meinen augen zumindest einen hervorragenden einblick in die extrem simplen zweidimensionalen denkschemata eines islam apologeten und es geht hier um die frage wie man menschen die keinen grund haben zu glauben dass götter und göttinnen existieren doch irgendwie vom gegenteil zu überzeugen und wir sind auch zum entschluss gekommen dass es etwas geben muss was uns erschaffen hat aber die wollen sie einfach nicht wahrhaben dass es gott ist weil die sagen vielleicht ist es energie vielleicht ist es etc die wollen sie irgendwie nicht wahrhaben mit gott der entschluss dass da etwas irgendwie gewesen sein muss ist ja nicht falsch der schluss also das ergebnis nicht entschluss also das ergebnis einer unterhaltung ist hier wohl gemeint aber ja es gibt ein aber in meinen augen ist es verwegen einfach anzunehmen es sei ein fliegendes monster oder ein irgendein bestimmtes der vielen gotteswesen die menschen im laufe der geschichte hervorgebracht haben und das hier für die existenz von universum und allem leben verantwortlich sein muss was letztendlich zu der entstehung von allem geführt hat naja das ist ein gebiet in dem sehr intensiv geforscht wird kluge köpfe versuchen mit allen uns heute zur verfügung stehenden mitteln genau auf diese fragen überzeugende antworten zu finden das ist aber leider erst seit kurzem der fall weshalb ich mich gedulde und bescheiden zugebe dass mir da noch keine definitive und belastbare antwort bekannt ist nur eines ist sicher wenn die beweis kette also daten fakten informationen wissen wenn das als resultat einen gott hervor bringt dann akzeptiere ich das auch ich bin nicht in einer für mich bequemen blase sondern ich passe mich der realität an und derzeit ist eben ein modell am wahrscheinlichsten was von energie ausgeht die eben quantenfluktuation hervorruft die wiederum etwas auslösen was wir multiverse oder multiversum nennen und unser universum ist dann eines von vielen also ganz natürlich leider ist das für apologeten schwer zu verstehen weil sie sich generell ein leben ohne ihr geliebtes buch mit dem jeweiligen super gott nicht vorstellen können dass andere menschen sogar die mit einem gottes glauben sich nicht der eigenen glaubens richtung anschließen müsste doch zeigen dass der eigene gott wenig überzeugend ist da kann man doch auch noch nicht wir können nicht erwarten dass sich der mensch ganz ohne gotterglauben dann da rein ziehen lässt wenn das noch nicht mal der fall ist für leute mit einem gotterglauben versuch ihm die botschaft zu übermitteln offenbarung prophetentum und so weiter und die begrifflichkeiten können wir danach auch besprechen der apologik der den vortrag hält und dann naja sowieso pseudo antworten bereithält sagt muslimen die fragen haben sie sollten doch erst das konzept drüber bringen und danach erst details klären also oder die bezeichnung nur ist es ja für muslime generell fast unmöglich in konzepten zu denken sie brauchen stets den direkten bezug zu ihren texten deshalb sind diskussionen auch so anstrengend weil das denken eben sehr dogmatisch ist und zusätzlich ist der naja der apologet namens herz hat er ist ein feigling der selber nicht in der lage ist die botschaft wie er den inhalt des islam zu vermitteln weil er viel zu viel angst hat er hat angst etwas gefragt zu werden da er kaum antworten hat er hat angst gesicht zu verlieren der er jedes mal versagt sobald er an jemanden gerät der sich etwas im islam auskennt aber er sagt anderen sie sollen doch das machen wozu er selber nicht in der lage ist und man muss sich das mal anhören wie einfach er es sich macht solange er glaubt dass dieses höhere wesen allmächtiges allwissendes also alle eigenschaften hat von allah und es nicht gott nennt ist prinzipiell kein problem also erstens man muss glauben dass ein höheres was man das heißen mag ein höheres wesen existiert irgendwo irgendwann irgendwie und dann zweitens nicht nur dass man glaubt sowas existiert nein es muss dazu auch allmächtig sein was ja gar nicht geht und drittens es muss natürlich auch allwissend sein auch nicht logisch nachvollziehbar und viertens nein nicht nur das man muss auch glauben dass alle anderen attribute die dem gott im islam zugeordnet werden allesamt vorhanden sind also ein ein aller clown das heißt alles was ihm als antwort reicht ist ein wort auszutauschen was ja völlig sinnfrei ist und danach kommt er auch mächtig entschwimmen er setzt dann mehrfach an und bringt wie sollte es anders sein eine analogie und die keine ist nein ich muss nicht rund sein um einen reifen herstellen zu können er weiß auch nicht was ein kategorie fehler ist das fällt mir immer wieder auf und da dies alles wenig schlüssig ist folgt ein versuch die eigene unkenntnis umzudrehen und dem jeweiligen gegenüber das überlassen es zu erklären energie hat ja kein intellekt dann sagst du diese energie hat etwas nicht aber hat es hervorgebracht wie soll das funktionieren wir haben ein will ok woher kommt der will wir haben intellekt woher kommt dieser intellekt naja die frage wie soll das funktionieren ist ja eine intellektuelle bankrotterklärung er kann sein modell welches den ursprung des universums erklären soll weder belegen noch untermauern noch sonst irgendwas daher kommt dann die typische frage aus der ignoranz heraus ich weiß es nicht also sagt du mir warum nicht und seine behauptung energie bringt etwas hervor was energie nicht hat ist und dir fällt nichts besser an einfach nur schlicht und ergreifend albern das universum hatte keine sonnen oder planeten trotzdem sind welche entstanden und unser planet hatte kein leben trotzdem ist es entstanden du gibst dann dieser energie eigenschaften die keine energie sein kann gravitation hat keinen will gravitation hat keine intelligenz ok ist das verständlich hier zeigt sich die unfähigkeit denken ohne götterglauben nachzuvollziehen es zu können dass das fehlt irgendwie völlig er kann nur innerhalb seines rahmens innerhalb seiner blase oder dieses dieses vorgefertigten denk schematas agieren er kann da nicht ausbrechen er kann immer nur von seinem schöpfer oder gott ausgeben der ja für ihn existiert der über intelligenz und willen verfügt und wenn etwas das nicht hat dann kann es auch nichts hervorbringen das übersteigt seine fähigkeiten also irgendwie vermute ich dass er das auch zu einem gewissen grad selber merkt und deshalb so angst vor der wahrheit hat und deswegen so rigoros zensur einsetzen muss so ihre angst hat atheisten gegenüber zu treten nur ist das der mensch der anderen sagt er bringe ihnen etwas bei was ja gar nicht stimmt das ist ein mensch der videos macht mit dem titel muslim erklärt atheisten die wissenschaft wobei er ja kein blassen schimmer hat was atheisten eigentlich sind was sie denken und glauben und null ahnung hat von wissenschaften oder irgendetwas wissenschaftlichem er hat auch keine ahnung was die wissenschaft der logik ist und will von einem physiker logische schlussfolgerungen erklärt haben und beendet nach der frage sofort das video das ist schon unglaublich tut das so als ob einem physiker physik erklären will ok also ich weiß nicht jeder der glaubt hier etwas nützliches zu hören der ist verraten und verkauft ok das war meine analyse für heute danke fürs zuhören ich hoffe es war wenigstens etwas unterhaltsam und dabei auch noch informativ und wir sehen uns hoffentlich im nächsten video wieder bis dahin ciao for now